Warum hast du mich gezogen, das zu tun? Sieh mich an. Konzentrier dich auf meine Stimme. Ich gebe dich nicht auf, Jean. Sie war meine Freundin. Du bist meine Familie, Jean. Komme was wolle. Hör auf, hör auf. Siehst du, du bist besonders, Jean. Und wenn du aufhörst, gegen deine Kraft anzukämpfen, sondern sie annimmst, wirst du genauso mächtig sein wie ein Gott. Sie wird uns alle töten. Sag mir, wie wir das hinkriegen. Sag mir, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Was sie nicht verstehen, fürchten sie. Und was sie fürchten, das wollen sie vernichten. Das ist deine Schuld, Charles. Ich habe versucht, sie zu beschützen. Ich habe Angst. Wenn ich die Kontrolle verliere, geschehen den Menschen, die ich liebe, schreckliche Dinge. Sie muss sterben. Sie ist immer noch Jean. Wir können ihr noch helfen. Manchmal möchte man glauben, dass Menschen nicht so sind, wie sie erscheinen. Und wenn man die Wahrheit erkennt... Jean! ...ist es zu spät. X-Men Dark Phoenix Sie kommt. Sommer 2019 Nur im Kino ... ...